Freistoß aus halb linker Position, Christian Panner schießt hin und wir waren mit alle Mann hinten. Ron-Robert Ziller, der Torwart, geht natürlich dann nach vorne in der 93. oder so. Und klar, haben nochmal alles nach vorne geworfen. Uwe klärt den Ball mit dem Kopf. Ich nehme den mit dem Bus an, habe dann das leere Tor einfach gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, zieh es einfach mal ab. Und dass er dann reingeht, ist natürlich dann unglaublich. Ich kann das eigentlich immer noch nicht glauben, aber es ist ein schönes Gefühl. Ich wollte schon aufs Tor schießen, aber dass ich dann letztendlich so weit komme, hätte ich jetzt nicht so gedacht. Aber das wären noch so einige Sekunden gewesen, die wir dann gewonnen hätten. Aber war schon als Torschuss gedacht. Ja, ich habe mir das schon noch ein paar Mal angeschaut, klar. Aber schlafen konnte ich nicht, kann ich generell nicht nach dem Spiel. Ich habe gestern noch ein bisschen rumtelefoniert, klar. Und ja, ziemlich spät schlafen gegangen. Ja klar, in erster Linie wollten wir natürlich das Spiel gewonnen. Wenn wir am Ende 1-0 gewonnen hätten, wäre das auch super gewesen. Aber dann natürlich das Spiel mit so einem Tor zu beenden, ist natürlich umso schöner, klar. Da habe ich ja gerade gesagt, dass ich mich gewundert habe, dass ich doch noch so weit komme. Vor allem, weil es ja der 93. war. Wohl. Ja.